Namaste und Namaskar. Ja, heute haben wir den 9. Dezember und wenn du mitgemacht hast bei der Vorbereitung für unseren Schutzzauber, dann hast du vor kurzem Salz ins Mondlicht gestellt. Und heute möchte ich dir dazu noch ein bisschen mehr sagen und dir noch ein paar Hinweise geben und natürlich auch ein riesiges Dankeschön aussprechen an die vielen Abonnenten. Ich hätte beinahe gesagt 9 Abonnenten, aber hier sind alle Abonnenten neu, denn der Kanal ist ja noch wirklich sehr, sehr jung. Und insofern freue ich mich ganz besonders, denn das zeigt doch deutlich, dass es ein Interesse gibt an diesen Themen. Und ja, dieses Interesse ist notwendig auch für mich, um überhaupt so einen Kanal zu betreiben und mit dir gemeinsam über Magie zu sprechen, über Hexerei zu sprechen und über viele, viele Themen, die in diesem Zusammenhang hier noch auftauchen werden. Und selbstverständlich auch über Selbstermächtigung. Aber wir können nicht alle Themen auf einmal gleichzeitig hier teilen, Sie müssen ein bisschen der Reihe nach vorgehen. Und ich hatte es schon beim letzten oder sogar schon beim vorletzten Video gesagt, ich möchte gerne, dass hier auch praktisch und nicht nur theoretisch dieses Thema betrachtet wird, sondern ich möchte gerne mit dir die eine kleine oder größere Zauberei teilen und dir Hinweise geben, wie du praktisch mit Magie umgehen kannst, wie du sie nutzen kannst. Und ein großes Thema in diesem Zusammenhang ist das Thema Schutz. Und genau aus diesem Grund wird es auch sehr bald ein konkretes Video zu diesem Thema geben. In Vorbereitung darauf habe ich im letzten Video darauf hingewiesen, Salz eignet sich sehr, sehr gut, wenn es um das Thema Schutz geht und wir können die Kraft des Salzes noch verstärken, indem wir die mondischen Energien nutzen. Ja, und ich habe darauf hingewiesen, der Vollmond stand da vor der Tür, jetzt liegt er gerade hinter uns. Stell doch dein Salz in den Vollmond oder in das Licht des Vollmondes und dann hast du schon mal ein potenteres Mittel für unseren gemeinsam geplanten Schutzzauber. Und ja, ich habe jetzt wieder eine Menge gelernt in den letzten Tagen. Und genau damit will ich einsteigen. Ich möchte dir nämlich erst einmal eine Rückmeldung geben, auch bezogen auf die Kommentare, die unter dem Video aufgetaucht sind und alles, was so dazu gehört. Ja, zunächst einmal habe ich gelernt, ich muss noch genauer werden. Noch genauer in den Hinweisen, die ich hier teile. Denn es gab eine Menge Fragen und ich muss sagen, damit habe ich gar nicht so sehr gerechnet. Denn das, was wir hier gemeinsam besprochen haben, ist ja zunächst mal nur ein sehr einfacher Schritt, den man in wenigen Sätzen zusammenfassen könnte, dem Sinn nach, nutze die energetische Kraft, die durch den Mond repräsentiert wird und stelle in der Vollmondnacht etwas Salz heraus, am besten in einem Glasgefäß und hole es rein, bevor die Sonne wieder aufgeht. Ja, und dann kamen zahlreiche Fragen. Und ich muss eines gleich vorweg sagen, diese Fragen hatten alle, oder beinahe alle, ihre Berechtigung. Also wenn beispielsweise gefragt wurde, ja, darf ich denn dieses Gefäß beispielsweise verschließen, einen Deckel drauf machen, wenn es kein gutes Wetter ist, wenn es regnet beispielsweise. Oder, ja, wann ist eigentlich genau dieser Vollmondtermin, um den es geht? Ist das die Nacht vom siebten auf den achten oder die Nacht vom achten auf den neunten? Und alle diese Fragen, ich habe es eben schon gesagt, die haben ihre Berechtigung. Und ich werde beim nächsten Mal darauf achten, noch ein bisschen genauer zu sein und auch nichts vorauszusetzen. Allerdings, eines möchte ich bei dieser Gelegenheit auch sagen, wer genau zugehört hat beim Video, der hat schon einige Hinweise bekommen, die letztendlich auch relativ klar bestimmte Fragen beantwortet hätten haben können. Wenn man hier ein bisschen mehr die Zusammenhänge vielleicht selber noch einmal durchdacht hätte. Aber wie auch immer, ich werde in Zukunft noch ein bisschen deutlicher sein und ich will heute auch die Hinweise nachholen, die beim letzten Video tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen sein könnten. Ich will also mit dir generell über Mond und über Salz sprechen. Und ich denke, wir fangen mit dem Mond an. Oder eigentlich mit der Mondin. Ich habe schon gesagt, der Mond ist von seiner energetischen Qualität her weiblich. Aber wenn es um Magie geht, dann ist das nur ein Faktor, der eine wichtige Rolle spielen kann. Das sind nämlich auch die weiblichen Energien, die mit dem Mond verbunden sind und die eben in manchen Zaubern auch genau aus diesem Grund gebraucht werden. Es gibt aber andere Zaubereien, andere magische Aktivitäten. Da ist die Sonne das, was im Mittelpunkt steht. Und da geht es dann um eine männliche, aktive Energie gegenüber der passiven weiblichen Mondin-Energie. Das Thema wird uns auch in Zukunft immer wieder beschäftigen, denn die Thematik rund um den Mond ist sehr, 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 sehr komplex. Und heute will ich dir nur ein paar weitere Hinweise geben, sodass du schon nach und nach immer ein bisschen mehr erfährst. Denn gerade im Zusammenhang mit dem magischen Themen ist es wichtig, dass man sich nicht überfrisst, dass man nicht zu viel zu schnell will und dass man gleichzeitig versucht, in alle Themenbereiche hineinzukommen. Das ist wenig zielführend. Ich möchte dir also nach und nach die Möglichkeit geben, auch die nötigen Erfahrungen mit der Magie zu machen und die notwendigen Erlebnisse auch stattfinden zu lassen. Denn darum geht es ganz, ganz wesentlich. Magie ist nichts Theoretisches. Magie muss erlebt werden. Du musst ein Gespür davon bekommen, dass sich da tatsächlich etwas tut. Das ist ein riesiges Thema. Und da sind wir natürlich dann auch ganz schnell in weiteren Unterthemen. Denn wir müssten in diesem Zusammenhang auch über die Wahrnehmungskanäle sprechen. Wie kann ich überhaupt Magie erfahren? Und welche übersinnlichen Wahrnehmungskanäle habe ich möglicherweise, ohne dass ich es bisher bemerkt habe? Also auch das wird hier irgendwann Thema werden. Aber wir müssen es eben langsam angehen. Und heute sprechen wir erstmal über den Mond und über Salz und ein bisschen über Magie im Allgemeinen. Ich habe es eben schon gesagt, die mondischen Kräfte haben eine besondere Qualität. Und diese Qualität wird in vielen Zaubereien und auch in vielen anderen magischen Anwendungen genutzt. Und für viele Menschen, die nicht so tief in dieser Materie sind, ist beispielsweise der Vollmond vermutlich die Mondphase, die man am stärksten mit Magie verbindet. Aber, und das habe ich, nachdem ich festgestellt habe, beim letzten Video gibt es doch noch viele Fragen, dann auch als einen Kommentar direkt unterhalb des Beschreibungsfeldes des Videos angepinnt. Also mit anderen Worten, ich habe einen Kommentar geschrieben und habe dafür gesorgt, dass der ganz oben unterhalb des Videos bleibt. Und das will ich dir auch an dieser Stelle gleich mitteilen. Das wird künftig wahrscheinlich auch so bleiben. Also wenn mir auffällt, nach einem Video, oh, da hättest du das ein oder andere doch noch sagen müssen, oder es gibt entsprechende Nachfragen oder Rückfragen, die mehr als einmal auftauchen, dann werde ich, jedenfalls ist das meine Absicht, immer unter dem Video einen entsprechenden Hinweis setzen, der dann nochmal diese Fragen beantwortet. Und von daher empfehle ich dir, wenn du das Video gesehen hast, zu schauen, ob da vielleicht ganz oben in diesem Kommentarfeld weitere Hinweise zu finden sind, bevor du eine Frage stellst. Ja, und darüber habe ich eben auch beim letzten Video das Thema Mond und Vollmond noch einmal angesprochen. Ich will das trotzdem hier nochmal tun, denn wir sprechen gleich auch ein bisschen mehr über die Mondphasen und die damit verbundene Energie. Denn in der Magie werden die unterschiedlichen Mondphasen auch unterschiedlich verwendet. Also ein abnehmender Mond hat eine andere Qualität als ein zunehmender Mond, was die energetische Repräsentanz betrifft. Aber lass uns der Reihe nach vorgehen. Bleiben wir erst nochmal beim Vollmond. In der Vorstellung der meisten Menschen ist der Vollmond eine Mondphase wie alle anderen Mondphasen auch, aber wenn man genau hinblickt, ist der Vollmond eigentlich nur ein ganz kurz stattfindender Moment, der zwischen dem zunehmenden und dem abnehmenden Mond liegt beziehungsweise zwischen dem ach ja, zwischen dem zunehmenden und abnehmenden. Ich habe es schon richtig gesagt. Der Mond nimmt zu. Nach und nach wird er in unserer Wahrnehmung immer größer. Wir können ihn wahrnehmen, wie er von Nacht zu Nacht anwächst und irgendwann hat er dann sein volles Potenzial, seine volle Größe erreicht. Aber im gleichen Moment beginnt der Mond abzunehmen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie lange ist denn diese Phase überhaupt, in der wirklich ein Vollmond ist, dann würde ich dir sagen, eigentlich ist es nur ein gedachter Moment. Denn im gleichen Moment, wo, in dem dieser Status erreicht ist, in dem der Vollmond zum Vollmond geworden ist, wird er eben augenblicklich auch wieder im nächsten Augenblick in die Phase des Abnehmens hineingehen. Er erreicht diese Vollmondphase für einen ganz kurzen Moment, für einen Bruchteil eines Augenblicks. Und von daher kann es nicht wirklich ein echtes Vollmondritual geben, in dem der volle Mond über einen längeren Zeitraum in dieser Potenz vorhanden ist. Es gibt also im Grunde, wenn wir so wollen, immer nur einen Moment, in dem diese beiden unterschiedlichen Qualitäten, der zunehmende und der abnehmende Mond, sich begegnen. Wo sozusagen die Staffel übergeben wird, der zunehmende Faktor des Mondes, diese zunehmende Kraft, verwandelt sich in diesen transformatorischen Prozess, den wir für einen Moment als Vollmond erleben und führt dann dazu, dass im nahezu gleichen Augenblick der Mond wieder beginnt, an Größe zu verlieren. Er wird wieder zum abnehmenden Mond. Das ist wichtig zu verstehen und ist im Grunde genommen auch die Antwort auf die Frage, ja, an welchem Tag stelle ich denn entsprechend dann mein Salz heraus? In dieser Phase, in dem der Vollmond beinahe schon vorhanden ist, kurz davor, die maximale Größe erreicht zu haben, also er nimmt quasi zwar noch zu, aber in den nächsten Augenblicken erreicht er diese Vollmondphase oder in der Phase, in der, nachdem der Vollmond gerade seine volle Größe erreicht hat, er bereits beginnt, wieder zu schwinden und in die abnehmende Phase geht. Und das kommt darauf an. Du kannst dir ganz grundsätzlich merken, wenn der Mond zunimmt, dann haben wir es mit einer Zunahme einer bestimmten Energie zu tun. Und immer wenn es in meinen magischen Aktivitäten darum geht, etwas zu verstärken, etwas dazu zu nehmen, dann ist diese Phase des Mondes, also die Phase, in dem der Mond zunimmt, die Mondphase, die meine Magie am besten unterstützt. Wenn ich etwas loswerden will, wenn ich mich von etwas trennen will, wenn ich etwas reduzieren will, dann ist die Phase des abnehmenden Mondes richtig. Und das ist übrigens auch die klassische Energiequalität, wenn es um das Thema Schutz geht. Auch da geht es natürlich um das Heraushalten bestimmter Energien und kann von daher sicherlich nachvollzogen werden. Aber ich will dir an einem Beispiel deutlich machen, dass es trotzdem nicht so einfach ist, immer diese Entscheidung zu treffen. Stell dir vor, du würdest eine Magie durchführen wollen, die im Zusammenhang steht mit dem Thema Heilung. Es geht vielleicht um eine Krankheit, es geht vielleicht um mentale Zustände, die dich belasten. Und natürlich würde man sehr schnell die Idee entwickeln, zu sagen, naja, dann brauche ich den abnehmenden Mond, ich will etwas reduzieren, ich will das loswerden. Andererseits könntest du aber auch sagen, naja, ich möchte meine Gesundheit stärken, ich möchte stabiler sein, ich möchte also energetisch mehr Kraft zunehmen, damit eben hier ein Ausgleich erfolgt und dieses Ungleichgewicht beseitigt wird, indem ich eben mehr Stärke, mehr Energie und mehr energetische Kraft in mir in Bewegung setze und dafür beispielsweise eben auch die mondischen Kräfte als Unterstützung verwenden will. Und von daher ist es nicht immer leicht und gleichzeitig auch nicht unbedingt ausgeschlossen, dass es auch eine Überlegung wert ist, einmal eben in die polare Richtung zu denken, in der wir uns dann überlegen, okay, ich will zwar etwas loswerden, aber möglicherweise ist es klüger sogar, diese Dinge genauer anzuschauen und möglicherweise sogar auch diesbezüglich ein magisches Ritual durchzuführen oder eine Divination durchzuführen, indem ich sage, ich möchte gerne wissen, was das ist, was mich dort gerade belastet. Bring es nach oben, trage es in die Sichtbarkeit, mach es mir bewusst, trage es aus dem Unbewussten in das Sichtbare und dann könnte natürlich der zunehmende Mond hier wunderbar hilfreich sein. Allerdings, um das gleich zu sagen, insbesondere in der Hexerei werden noch viel weitere Mondphasen unterschieden. Man spricht davon acht Mondphasen. Und wir werden heute in diesem Zusammenhang dieses Thema ganz sicherlich nicht abschließend behandeln können, sondern ich will dir auch ganz bewusst eben erst einmal grundsätzliche Hinweise geben. Denn die Potenz dieser abnehmenden Qualität, die verändert sich auch noch. Also eine erste Phase des abnehmenden Mondes ist eine andere als die zweite Phase. Mondzyklus, der braucht so rund 28 Tage, bis er abgeschlossen ist. Also alle 28 Tage erleben wir einen Vollmond. Rund 28 Tage, es sind nicht genau 28 Tage. Und wenn man das mal ein bisschen genauer betrachtet, dann stellt man auch schnell fest, wir haben auf diese Art und Weise 13 Mondwechsel im Jahr. Auch wenn der Begriff des Monats sich vom Mond ableitet, ist es doch erstaunlich, dass wir 12 Monate vorfinden, aber eigentlich 13 Monde im Laufe des Jahres. und dieser Mond, den wir jetzt gerade erlebt haben, der jetzt hinter uns liegt, als Vollmond, hat auch einen eigenen Namen. Jeder Vollmond hat einen eigenen Namen. Jeder Vollmond hat nochmal in sich selbst eine besondere Qualität. Und wenn ich jetzt doch wieder vom Vollmond spreche, ist das nicht wirklich ein Widerspruch. Bis das tatsächlich verstanden ist, dauert es vielleicht einen Moment. Aber bis es wirklich in dir selber ein Verständnis in Bewegung gebracht hat, dauert es vielleicht noch etwas länger. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch diese Kräfte wahrzunehmen, von denen ich hier spreche. Du kannst das nicht intellektuell tun. Du musst diese mondischen Energien, von denen ich spreche, im Grunde genommen eben auch auf anderen Ebenen wahrnehmen, damit du ein Gespür bekommst, welche dieser energetischen Qualitäten die richtige ist für das, was du beabsichtigst. Und das ist möglich. Und von daher möchte ich auch gar nicht so gerne zu viel Intellektuelles, zu viel Konkretes liefern oder zu viele Gedankenmodelle anbieten, sondern möchte dich auffordern, zu sagen, ich werde das mal ausprobieren. Ich werde mich mal tatsächlich, wenn der Mond, so wie wir es eben gerade in der letzten Nacht hatten, so in seiner vollen Schönheit zu sehen ist, mich einfach mal hinsetzen und ihn betrachten. Ach ja, noch etwas. Ich habe auch gesehen, dass es den einen oder anderen Kommentar, beziehungsweise die eine oder andere Frage gab, die in die Richtung gestellt worden ist, was ist überhaupt der Mond? Können wir denn überhaupt sagen, was der Mond ist? Denn wir beginnen ja nunmehr, und das ist sehr wichtig, nach und nach die Dinge, die man uns so auf dem üblichen Wege vermittelt hat, in Frage zu stellen. Und natürlich gibt es sehr viele Modelle über das, was eigentlich der Mond ist. Ich möchte dir eine Antwort geben, die nicht wirklich befriedigend das klärt, was hier gefragt worden ist, denn darauf kann es keine kurze Antwort geben und niemand kann es wirklich mit dem Anspruch auf Wahrheit tun, denn wir sind begrenzt in unseren Möglichkeiten, bestimmte Dinge wirklich wahrzunehmen. Von daher ist es häufig klüger, die Lüge erst einmal zu durchschauen, um sich dann sukzessive der Wahrheit zu nähern. Aber ich möchte dir eine Antwort geben, die hilfreich ist in Bezug auf die dahinterliegende Frage, nämlich zu fragen, inwieweit ist überhaupt diese Mondenergie die richtige? Was ist das vielleicht mit dem Mond? Vielleicht ist das ja gar nicht passend. Ich habe beim letzten Video schon ansatzweise davon gesprochen, dass wir uns ein Stück weit, wenn wir magisch denken wollen, von dem üblichen Modell der Kausalität verabschieden müssen, also Ursache, Wirkung. Und wenn wir bestimmte Qualitäten des Mondes betrachten, so wie wir das ja beim letzten Video schon getan haben, dann kommen da auch eben sehr schnell diese Kausalitäten in den Kopf, beispielsweise im Zusammenhang mit Ebbe und Flut. Jetzt einmal ganz unabhängig davon, wie das erklärt wird, was da passiert. Ich habe schon davon gesprochen, dass dieses wissenschaftliche Modell etwas ist, das ich in keiner Weise übernehme und was mir ja, als eine weitere riesige Lüge bewusst geworden ist. Aber darum geht es nicht. Es geht um die energetische Kraft. Also der Mond steht für eine bestimmte Energie. Er steht für eine Energie und gibt uns im Zusammenhang mit seiner Erscheinung einen Hinweis auf die Qualität und auf die Quantität dieser Energie. Vergleichbar ist also der Mond in diesem Beispiel mit einem Thermometer, das die Temperatur im Raum anzeigt. Hier also zeigt der Mond eine bestimmte Energie an. Aber das Thermometer im Raum erzeugt nicht die Temperatur und auch der Mond erzeugt nicht diese Energie, sondern er ist ein Ausdruck, ein Symbol, ein Zeichen dieser Energie. Diese Energie zeigt sich sehr unterschiedlich und man könnte sie auch in der Tierwelt erkennen, man kann sie auch in der stellen erkennen, man kann sie am Wasserstand erkennen, man kann sie vielschichtig erkennen, aber der Mond ist für uns besonders geeignet, um diese Energie nicht nur zu erkennen, sondern auch im Vorfeld berechnen zu können, zu welchem Zeitpunkt eine bestimmte Energie vorhanden sein wird, weil zu diesem Zeitpunkt eben auch der Mond, der ein Repräsentant ist einer bestimmten Energie, in einer bestimmten Intensität, einer bestimmten Qualität und auch in einer bestimmten Quantität sichtbar sein wird. Mit anderen Worten, ich weiß, an diesem Tag gibt es den Vollmond und ich weiß auch, diese Energie, die an diesem Tag herrschen wird, wird eine Energie sein, die passend ist zu dieser Vollmond Energie, aber nicht, weil der Mond sie erzeugt hat, sondern weil der Mond dieser Energie folgt. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz und er befreit uns eben auch von der Vorstellung, dass der Mond hier was macht. Ja, es ist die mondische Energie, die wir in unserem Salz einfangen wollen. Es ist eine Energie, die zu diesem Zeitpunkt vorhanden ist und die in einer Synchronicität steht mit der mondischen Energie. Ja, ich habe es eben schon gesagt, der Mond kennt viele Namen, die meistens gekoppelt sind mit der jeweiligen Energie des Vollmondes zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb des Jahres und so hat natürlich ein Mond, der im Winter des Jahres vorhanden ist, auch eine etwas andere Energie und der Mond, der nun gerade als Vollmond hinter uns liegt, das war der sogenannte kalte Mond. Manche nennen ihn auch Juhlmond. Und wenn wir es genau nehmen wollen, könnten wir natürlich jetzt auch noch spezifisch über diese ganz spezielle Energie des Mondes sprechen. Das Modell, von dem ich hier spreche, kennst du sicherlich auch im Kontext der sogenannten Rauhnächte. die eben auch stellvertretend stehen für eine bestimmte Energie, für eine bestimmte Zeitqualität. Das ist ja auch das, was ich immer wieder in meiner Tagesenergie anspreche. Dass wir erkennen, jeder Tag hat eine spezifische Energie. Bestimmte Muster wiederholen sich, sie folgen einem bestimmten Zyklus, aber bestimmte energetische Kräfte kommen trotzdem immer in einer etwas spezifischen Form, die auch geprägt ist von anderen Zyklen. Und so gibt es eben einen Jahreszyklus, es gibt einen Mondzyklus und auch in uns selber gibt es bestimmte Zyklen. Die Magie versucht eben passende Zyklen zu nutzen, um sich energetisch daran zu hängen, um zu sagen, okay, es gibt jetzt eine ganz bestimmte Energie und die ist besonders geeignet, um bestimmte Dinge zu tun, beispielsweise um einen Schutzzauber zu wirken oder beispielsweise Reinigungszauber zu wirken oder 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 oder. Also das wollte ich dir noch einmal im Nachgang hier gesagt haben. Was ist aber, wenn du nun ein Tag vorher dein Salz herausgestellt hast, also im Grunde genommen noch in der Phase, in der der Mond noch zugenommen hat, naja, dann hast du diese spezifische Qualität des zunehmenden Mondes eben in deinem Salz eingefangen. Das Salz kannst du dennoch wunderbar verwenden, aber es hat eine etwas andere Qualität als die bereits in der abnehmenden Phase ausgedrückt wird. Ja, also von daher hebe das Mond Salz auf und ich würde dir empfehlen, eben den Vermerk noch dann dazu zu setzen, dass es sich eben noch um die leicht zunehmende Phase handelt. Nun müssen wir aber auch noch feststellen, dass natürlich in dieser Nähe zum Vollmond in dieser Zeit, in der sozusagen der Mond beinahe schon seine ganze Größe erreicht hat, natürlich auch eine ganz spezifische zunehmende Phase zu finden ist und da merkst du wieder mal, ja, man kann die Dinge auf die Spitze treiben. Ich möchte deswegen auch sofort etwas sagen, dass scheinbar oder anscheinend, besser formuliert, anscheinend, bei beides stimmt, anscheinend ein bisschen widerspricht dem, was ich eben gesagt habe, denn Magie ist nicht abhängig von diesen Strukturen. Wenn es also sein muss, kannst du jederzeit einen Schutzzauber wirken, auch wenn der zunehmende Mond gerade aktiv ist. Oder du kannst eben auch in der Phase des abnehmenden Mondes beispielsweise einen Geld zauber wirken. Aber wenn wir Zeit haben und wenn wir die Möglichkeit haben, dann unterstützt dich eben eine solche begleitende Energie, die in die gleiche Richtung zielt, besser, als wenn du eben jenseits der aktuellen Strukturen, der aktuellen vorherrschenden Zeitqualitäten zauberst. Also, um es noch mal in einem Satz zu sagen, wir versuchen die Energien zu nutzen, die um uns herum eine bestimmte Qualität repräsentieren, das ist ein gutes Wort, der Mond repräsentiert eine bestimmte Qualität, und zwar unterschiedliche Qualitäten, eine grundsätzliche, aber in unterschiedlichen Formen, und können aber auch in den Situationen, in denen es nötig ist, oder in denen es geraten ist, unabhängig davon agieren. Das also zu diesem Themenbereich. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir können das Thema Mond und Mondphasen heute in diesem Video auf gar keinen Fall vollständig und umfassend betrachten, aber eine Mondphase, die möchte ich dir trotzdem noch vorstellen, ist die Phase, die am Ende der abnehmenden Entwicklung des Mondes steht. Nämlich dann, wenn auch der letzte Aspekt des Mondes verschwunden ist in unserer Wahrnehmung. Man könnte sagen, es ist die polare Qualität des Vollmondes, es ist der Dunkelmond. Manche sprechen auch vom Neumond, aber das ist wirklich etwas anderes. Der Neumond ist das, was dann bereits wieder im Aufbau ist, also in dieser Phase, in der der Mond dann wieder neu in die Sichtbarkeit gerät, also eine ganz schmale Mondsichel zu sehen ist. Der Dunkelmond ist das Äquivalent zum Vollmond und beide Phasen haben in der Magie eine große Bedeutung und du kannst es dir vielleicht schon denken, für welche Art Magie wird der Dunkelmond verwendet und für welche Art der Magie wohl eher das, was wir den Vollmond nennen. Fangen wir mit dem Vollmond an. Das ist das Mondlicht, das diese Faszination ausübt und natürlich auch die helle Nacht, die durch den Mond beleuchtete Nacht und da geht es eben auch eher um das, was wir eine helle Form der Magie nennen könnten, lichte Magie. Wogegen beim Dunkelmond die Dunkelheit schon einen Hinweis gibt auf die Form der Magie, die hier in einer Verbindung steht. Es geht um dunklere Magien. Natürlich geht es um Flüche, aber es geht auch um Schutz und es geht möglicherweise auch um den Kontakt zur Welt der Toten. Ich habe beispielsweise und du wirst dich vielleicht erinnern das Ahnenritual zum Dunkelmond durchgeführt, nicht weil es etwas Schwarzmagisches war. Wir sind in diesem Zusammenhang gerade Menschen, die sich nicht gut auskennen, so voreilig. Ah, Dunkelmond, das ist schwarzmagisch, da hat er irgendwas Böses gemacht. Nein, es geht um die verborgenen, dunklen Kräfte, um die Schattenanteile in uns. Es geht um die Welt der Toten, es geht um die Welt, die wir nicht so leicht sehen können, das was verborgen ist, ist nicht schlecht. Es geht um die Schattenanteile in uns selber beispielsweise, die eben gut zugänglich sind in einer Phase, in der die Dunkelheit Thema ist. Und Dunkelheit ist nicht schlecht. Es sind die Lichtkräfte und die Dunkelkräfte, das ist wirklich zu simpel gedacht. gedacht und auch zu wenig ganzheitlich einseitig gedacht. Es braucht diese Qualitäten, damit auch in diese Richtung agiert werden kann. Also wenn du eine Divination durchführen möchtest, um in Kontakt zu treten mit deinen Ahnen, dann ist der Dunkelmond dafür gut geeignet. Ja, wir werden das Thema Mond sicher noch öfter besprechen und wenn du noch Fragen hast zum Mondthema, kannst du die auch gerne hier hinterlassen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dich etwas bitten. Die Kommentarfunktion soll natürlich insbesondere auch einen Bezug haben zu den Themen des jeweiligen Videos. Also es wäre schön, wenn die Fragen oder die Hinweise, die hier unter diesem Video auftauchen, auch einen Bezug haben zu dieser Thematik des Videos. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere aber eine Frage hat, die in die Zukunft hinein reicht, beispielsweise fragen, werden wir denn irgendwann auch dies oder das machen? Ja, klar, kannst du das auch fragen. Aber trotz alledem wäre es gut, wenn du Fragen hast zu dieser Thematik, die jetzt sich mit diesem Schwerpunktthema beschäftigen, dass du die dann auch unter diesem Video hinterlässt. Ich muss natürlich auch ganz klar sagen, ich werde in Zukunft nicht wirklich jede Frage beantworten können oder mich mit jeder Frage beschäftigen können, aber ich werde diese Fragen jedenfalls zur Kenntnis nehmen. Das kann ich dir ganz sicher sagen und hier und da werde ich mir auch eine Notiz machen, um zu sagen, ja, das Thema ist wichtig, das werden wir Mondthematik zunächst ab und wenden uns dem Thema Salz zu. Salz ist ein sehr wichtiger magischer Stoff bzw. wird in der Magie an vielen Stellen verwendet. Jetzt ist mir aber doch noch was eingefallen zum Mondthema und das möchte ich auch gerne noch nachreichen. Es gibt nämlich noch etwas, worauf ich hinweise. Wir sprechen ja gerade jetzt am Anfang in diesem Kanal auch über die verschiedenen Formen von Magie. Das, was wir hier aktuell besprechen, das geht eher in die Richtung der Hexerei. Wir sind sehr dicht an der Naturmagie bzw. das, was wir hier besprechen, ist im Moment magisch und die Hexerei ist in diesem Zusammenhang besonders stark verbunden mit diesen Ansätzen. Über das Thema Hexerei wird auch noch zu sprechen sein, denn es ist ein breites Spektrum. Es gibt ganz unterschiedliche Schwerpunkte in der Hexerei und sehr häufig bezeichnen sich auch Hexen entsprechend ihrem Schwerpunkt. Sie sagen, ich bin eine Haushexe beispielsweise oder ich bin eine Gartenhexe oder ich bin eine ich weiß es nicht eine Hexe, eine Planetenhexe, die sich mit den Kräften der Sterne beschäftigt. Ich möchte dieses Thema jetzt nicht aufgreifen, weil hierzu eine Menge Grundsätzliches besprochen werden muss und wenn wir das im Vorfeld besprochen haben, dann wird dieses Thema auch leichter zugänglich sein und besser verständlich. Aber trotzdem im Zusammenhang mit dem Mond will ich diese Thematik der unterschiedlichen magischen Künste und auch der unterschiedlichen magischen Varianten noch einmal ansprechen. Denn wenn ich davon spreche, dass der Mond eine wichtige Rolle in der Magie spielt, dann stimmt es zwar, aber nicht in allen magischen Künsten hat er die gleiche wichtige Bedeutung. Also von daher kann man nicht eben wirklich pauschal sagen, dass das, was ich jetzt hier mit dir teile über die Mondphasen in jeder Form der magischen Aktivität auch so eine große und wichtige Bedeutung hat. Aber für uns, die wir hier praxisbezogen arbeiten wollen, ist in der Tat der Mond eine wunderbare und besonders leicht und gut zugängliche Ressource. So, jetzt aber wirklich zum Salz. Salz ist ein Klassiker in der Magie und findet beinahe in allen Facetten der Magie Anwendung. Also der Magier, der beispielsweise etwas anruft und eine Evokation durchführt, der verwendet nicht selten Salz, beispielsweise als Schutz. Möglicherweise hat er sogar seinen Kreis mit Salz gezogen. Der magische Kreis, in dem er steht und der eine wichtige Funktion erfüllt. Und vielleicht nehmen wir gerade dieses Beispiel auch und ziehen es heran, denn es zeigt auch wieder auf, dass Salz eben mehr ist als nur reiner Schutz. Der Magier könnte zum Beispiel einen solchen Kreis ziehen, um sich tatsächlich zu schützen, um gleichzeitig aber auch so etwas wie eine diplomatische Ebene zu erzeugen. Auch das ist möglich. Also eine Art Niemandsland, in dem er eben mit bestimmten energetischen Kräften aus der geistigen Welt, Geistwesen, Kontakt aufnehmen kann, ohne dass es für ihn ein Problem gibt und ohne dass es für das Geistwesen ein Problem gibt. Mit anderen Worten, durch Salz kann man auch eine neutrale Zone erschaffen. Eine Zone, die nicht energetisch belastet ist, sondern eine Zone, ein Bereich, der ein neutrales Arbeiten ermöglicht. Du ahnst es schon, darüber werden wir auch noch mal sprechen. In diesem Zusammenhang hat Salz also eine besondere Qualität. Es kann sehr gut geeignet oder kann sehr gut verwendet werden und ist sehr gut geeignet. Beispielsweise eben für Schutz. Das hast du ja mehrfach von mir gehört. Aber Salz eignet sich auch ganz hervorragend, wenn es um Reinigung geht. Und das dürfte dir vielleicht auch schon an anderen Stellen begegnet sein. In der Volksmagie wird Salz häufig zur Reinigung verwendet. Man streut Salz in die Ecken des Hauses, bevor es dann ausgefegt wird. Salz nimmt diese schlechte Energie mit, sagt man. Hast du vielleicht schon gehört. Falls nicht, hast du jetzt schon einen Hinweis, wie man Salz verwenden kann. Und damit meine ich jede Art von Salz. Also auch beispielsweise Salz, das du einfach aus der Speisekammer holst. Aber du kannst Salz eben auch verstärken. und in meinem Modell gibt es viele, viele Schritte, die dazu führen, dass man Salz erheblich verstärken kann in seiner Wirkung. Für mich hat Salz nach meinem Modell eine Stärke von 1, wenn man es einfach so aus der Speisekammer holt. Wenn du es ins Mondlicht stellst und es energetisch auflädst, dann hat es für mich schon eine energetische Stufe 2. Und wenn du nun noch weitere Stoffe dazu gibst, dann kann sehr schnell eine Stufe 3 oder 4 erreicht werden. Wenn du das Salz noch stärker energetisieren möchtest, dann sprechen wir schon von magischen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Salz. Beispielsweise um ein Ritual, um das Salz noch stärker aufzuladen energetisch. Oder beispielsweise indem du es weißt, so wie du auch Weihwasser in der Kirche kennst. Und so lässt sich dann Salz aufladen bis zu einer Stufe 9 in meinem Modell. Übrigens, wenn ich von meinem Modell spreche, dann müssen wir auch nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Video wird viel länger als ich dachte. Aber ich versuche natürlich auch immer, wenn wir über ein Thema sprechen, andere Bereiche, die in einem, ja, in einer Verbindung stehen, die in gewisser Weise vernetzt sind, mit diesem Thema, schon mal anzusprechen, denn Sinn und Zweck ist ja auch in dir ein magisches Verständnis zu ermöglichen und das funktioniert nur, wenn auch deine Gedankengänge sich nach und nach vernetzen mit bestimmten Themen und ein eigenes Verständnis entsteht, das heißt, du brauchst nicht mehr nachzufragen, sondern du kennst die Energie, über die wir sprechen und du weißt, wofür du sie verwenden willst. Ich habe von meinem Modell gesprochen und in der Tat, es gibt einige magische Anwendungen die ich von niemandem übernommen habe, sondern die ich selber entwickelt habe und die ich auch mit einem eigenständigen Begriff bezeichnet habe. Es gibt aber auch sehr vieles, das eben klassische magische Ansätze in sich trägt, die ja tausende zurückgehen und wenn du beispielsweise eben diese Begriffe, die ich auch häufig verwende, an anderer Stelle wieder findest, wenn du dir ein magisches Buch beispielsweise kaufst oder ähnliches oder ein Buch über Magie kaufst, besser gesagt, ja, dann wirst du feststellen, oh, das, was der Alexander gesagt hat, das finde ich jetzt hier in einem Buch über afrikanische Magie wieder. Oder ich finde es einem Buch wieder, in dem es auf einmal um magische Aktivitäten in einem Kontext der europäischen Hexenkunst geht. Da finde ich das Modell auch wieder. Auf der ganzen Welt findest du bestimmte Modelle, ob im Voodoo oder eben in einer Form der Magie, wie wir sie hier im Europa vorfinden. Aber es gibt eben auch eigenständige Modelle, die ich entwickelt habe und in der Regel sage ich dir das auch. Und zwar deswegen, damit du nicht dich wunderst, denn du sonst nie etwas von neuen Stufen der Intensität Salz hörst. Und so verwende ich eben hier und da auch eigene Begriffe. Und in meinem zweiten Video habe ich anstelle der Invokation, das ist der übliche Begriff von Evokation gesprochen. Und das liegt daran, dass ich unterschiedliche Formen von magischen Techniken noch mit eigenen Bezeichnungen versehen habe. Und bei mir gibt es auch eine Avokation und eine andere Version der Vokation. Aber ich wollte da bei diesem ersten Video eigentlich die normalen Begriffe verwenden und habe aus Versehen Evokation verwendet. Oder vielleicht sollte es so sein. Wie auch immer. Hier jedenfalls, um wieder den Faden aufzunehmen, sprechen wir von verschiedenen Stärken des Salzes. Und das wirst du auch in anderen magischen Erklärungsmodellen vorfinden. Aber wie gesagt, diese neuen Stufen, daran solltest du dich nicht unbedingt festhalten. Wir werden, wenn wir anfangen zu zaubern, das wird relativ bald der Fall sein, ich möchte in den nächsten Tagen, auf jeden Fall deutlich vor Weihnachten, noch ein solches Video mit dir gemeinschaftlich erarbeiten, denn deine Rückmeldungen werden da Einfluss drauf haben, möglicherweise und eben ein Werkzeug mit dir gemeinsam erschaffen, um einen magischen Grundschutz zu erreichen und da verwenden wir unser Salz, also Schutz klar, Reinigung auch und du kannst, ich habe es eben schon gesagt, beispielsweise Salz in die Ecken streuen, wenn du einen Raum energetisch reinigst, beispielsweise durch Räuchern, beispielsweise durch andere Techniken, es gibt enorm viele Techniken, um einen Raum magisch zu reinigen und je nachdem wie stark der magisch belastet ist, wird man auch unterschiedliche Techniken verwenden. Ein Raum, der wenig energetisch belastet ist, den kannst du schon alleine dadurch magisch reinigen, dass du anfängst zu räuchern, indem du im Raum hier und da vielleicht in die Hände klatscht, um Energien in Bewegung zu bringen. Also auch Töne spielen da eine große Rolle, aber es gibt natürlich auch ganz konkrete Abläufe und Rezepte könnte man sagen für so eine Reinigung und wenn es ein bisschen mehr ist an gebundener Energie, dann ist dieser Hinweis mit dem Salz, das man in die Ecken streut, durchaus gut. Also Salz kann Energien aufnehmen und wenn man es dann nachher herauskehrt oder heraussaugt, dann sollte man dieses Salz dann natürlich auch entsorgen, aber dafür reicht es, wenn du es einfach in den Mülleimer wirfst. Ja, das glaube ich, ist jetzt zumindest hier und da ein bisschen verständlicher, was wir dann auch in Zukunft tun werden, wenn wir diese Grundqualität des Salzes eben erkennen. Eine andere Möglichkeit übrigens besteht, dass du Salz auflöst in Wasser und dann dieses Wasser verwendest, wenn es beispielsweise um Reinigung geht. und hier braucht es nicht viel, hier braucht es keine intensive Salzsohle, sondern es reichen ein paar Körnchen Salz, die, wenn es sich um energetisiertes, aufgeladenes Salz handelt, eben auch diese Qualität weitergeben können in das Wasser, in die Flüssigkeit und eben hier entsprechend auch ein weiteres Feld an Verwendungsmöglichkeiten sich uns erschließt. Man kann Salz auf unterschiedlichste Art und Weisen verstärken. Und du ahnst schon, ja, ich habe durchaus vor, auch darüber ein bisschen zu sprechen, aber im Moment reicht uns das normale Salz. Das Aufladen mit der Mondenergie, das bildet eine wunderbare Grundlage für unsere nächste Zauberei und da, ich habe es schon gesagt, werden wir uns über das Thema Schutz unterhalten. Abschließend möchte ich dir noch einen Tipp geben, bevor das nächste Video erscheint, könntest du in der Tat schon eine kleine Hausaufgabe erledigen, beziehungsweise eigentlich sogar mehr als eine kleine Hausaufgabe, du könntest nämlich anfangen, in der Tat schon ein bisschen magisch sauber zu machen, magisch zu reinigen, denn bevor man einen Schutz aufbaut, sollte man darauf achten, dass alles, was man auch wirklich loswerden will, zunächst einmal aus dem Haus schafft. Der magische Schutz kann dann dafür sorgen, dass das nicht sofort wieder zurückkommt, aber wir wollen ja Dinge draußen halten und dafür ist ebenso eine magische Reinigung eine gute Grundlage. Ich gebe dir jetzt mal noch ein paar Hinweise, die du umsetzen kannst. Zunächst einmal habe ich dir schon etwas gesagt, kannst du dein magisches Salz verwenden und wenn du wirklich ein ganzes Haus magisch reinigen willst, dann ist es ein großes Unterfangen, das ist nicht mal eben ganz schnell geschehen, denn du musst dich um jeden Raum kümmern und im Grunde genommen ist natürlich so etwas sehr, sehr schnell sehr aufwendig. Deswegen würde ich dir empfehlen, beginne erst einmal mit einem Raum. vielleicht hast du ja ein Zimmer oder einen Teil in einem Zimmer für magische Aktivitäten vorgesehen, einfach weil du da ein bisschen Ruhe hast, weil du da vielleicht deine Kerzen hinstellst. Ich spreche noch nicht einmal davon, dass du dort einen echten magischen Altar aufbaust, was man natürlich tun kann. Ich habe mehrere magische Altare für unterschiedliche Arbeiten, aber das wird sich vielleicht im Laufe der Zeit für dich so ergeben, aber am Anfang ist es wirklich eine gute Idee, erst nach und nach eben auch Schritt zu halten mit diesen Entwicklungen in dir. Also falls du einen Raum hast, in dem du besonders gerne magisch arbeitest, dann würde ich dir empfehlen, mit diesem Raum auch zu beginnen, wenn es um das Thema Reinigung geht. Und eine Grundreinigung ist tatsächlich eine ganz normale, nämlich auszufägen, auszusaugen, denn Staub und Schmutz bindet eben auch bestimmte Kräfte und es gibt durchaus energetische Wesenheiten, die sich eben ganz besonders gut an Schmutz, an Staub klammern können und eben auch damit eine bestimmte Energie in den Raum bringen. Wenn du einen Raum wirklich richtig sauber machst, dann spürst du eine andere Energie, wenn du den Raum betrittst. Das hast du bestimmt schon mal festgestellt. Und das ist der allererste Schritt. Mach sauber. Staub weg. Und das kannst du natürlich auch unterstützen, indem du visualisierst, wie du die entsprechenden festklebenden Energien beseitigst. Und ich weiß natürlich, dass es Menschen gibt, die sagen, ich kann das nicht so visualisieren, dann mach das auf eine andere Art und Weise, indem du dir vielleicht ein kleines Mantra erschaffst, einen kleinen Satz, in dem du sagst, während ich sauber mache und reinige, kommt eine frische Energie ins Haus und alles, was hier nicht mehr hergehört wird, aus dem Haus geschafft oder irgendetwas in diese Richtung. Ich habe jetzt ganz bewusst einen Satz verwendet, der gar nicht so magisch klingt, er muss es nicht. Er kann natürlich und darf natürlich magisch klingen, nimm dir ein bisschen Zeit dafür. Und mir ist gerade ein Gedanke gekommen und zwar habe ich gerade eben, war ich kurz davor zu sagen, ja, wir werden auch über die Formulierung solcher Sätze noch sprechen, aber weißt du, wenn ich das jetzt wieder sage, dann kann das dazu führen, dass du sagst, ja, dann warte ich lieber noch. Aber das ist Quatsch, fang an mit dem, was du im Moment an Verständnis hast. Gibt übrigens gleich noch einen ganz wichtigen Tipp, der dann allerdings noch mal auftaucht, wir werden dazu ein eigenständiges Video machen, denn als angehender Hexe, als angehender Magier, als Praktikant in den magischen Künsten gibt es ein Werkzeug, das brauchst du mehr als alles, 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 alles andere. Und da werden wir auch gleich noch mal ganz kurz zu besprechen. Ich will aber meinen Faden nicht verlieren und von daher also noch mal zurück zum Saubermachen. Also mach einfach sauber und wenn du das gemacht hast, dann mach noch etwas Besonderes. Nicht nur einfach den üblichen Hausputz, sondern fang an diesen Raum auch auszuräuchern. Und auszuräuchern klingt nach Unmengen an Rauch, das braucht es nicht. Nimm dir ein Gefäß und gib ein bisschen Sand da hinein damit du so ein bisschen auch eine Isolierung hast und du kannst natürlich auch dann dort in dieses Gefäß oberhalb des Sandes ein bisschen Salz hineingeben, denn das Salz kann dann auch wieder als eine Art Reinigungsunterstützung dienen, auch im Kontext und im Zusammenhang mit eben den Rauchstoffen, die wir verwenden. So könntest du beispielsweise Sand in das Gefäß geben, in die Mitte ein entsprechendes Kohlebrikett, was du dir vom Shisha-Laden gekauft hast und das besonders gut verwendet werden kann, um schnell zu räuchern. Allerdings lasst diese Kohle wirklich gut durchglühen. Am Anfang ist da viel Salpeter, der da mit verräuchert wird und der ist nicht wirklich gut geeignet, beispielsweise im Zusammenhang mit bestimmten Kräutern Verwendung zu finden. Es gibt bestimmte Kräuter, die kann man da verwenden, aber viele Kräuter mögen diesen Salpeter nicht. Also lass die Kohle schön durchglühen und wenn sie nicht mehr stinkt oder du besorgst der Biokohle, gibt es auch ohne Salpeter, kann man ein bisschen schlechter anzünden, dann gibst du die Rauchstoffe draus. Also ich habe zum Beispiel früher so eine schöne große Muschel verwendet und habe in die Muschel noch Sand hineingegeben, habe ich auch gleich mit der Muschel noch das Element des Wassers und mit dem Sand habe ich das Element der Erde und das Feuerelement und das Rauchelement alles in einem und habe dann eben ein entsprechendes Kraut verwendet, das sich gut eignet für die Reinigung und ich habe schon ein Kraut erwähnt, das ist Beifuß. Du kannst natürlich Salbei nehmen, Salbei ist extrem verbreitet und Salbei kann man gut verwenden, Beifuß ist magisch betrachtet noch potenter. Wenn du Beifuß nicht magst und ich erinnere mich an einen Kommentar unter einem Video ich bekomme vom Beifuß Allergie dann nimm Eisenkraut. Eisenkraut Wabene ist sehr ähnlich in der Wirkung und hat auch eine sehr starke magische Wirkung hat auch eine Schutzwirkung und kann auch wunderbar verwendet werden. Und dann Räuchere. Wenn du möchtest kannst du eine Feder verwenden um in die entsprechenden Ecken den Rauch hinein zu wedeln und achte darauf insbesondere auf die Ecken. Öffne zu diesem Zeitpunkt dann auch die Fenster so dass die Energie heraus kann die vielleicht hier noch gebunden war. Und abschließend würde ich dir dann noch einen dritten Schritt empfehlen. Du weißt die Magie und die Hexerei liebt die Zahl drei. Und wenn man was dreifach sagt dann bekommt es eben eine besondere Verstärkung. Und wenn man auf dreifache Art reinigt dann ist das auch gut. Und die dritte Variante ist mit einem Glöckchen noch einmal in diesen Raum zu gehen in alle Ecken und ein ein bisschen akustisch etwas in diesen Raum hinein zu tragen. Und natürlich auch hier gilt du kannst in diesem Zusammenhang dir visualisieren wie auch diese Frequenzen den ganzen Raum durchdringen und auch die Frequenzen die Schwingung im Raum verändern. Wenn du kein Glöckchen hast dann nimmst du ein Glas und einen Löffel ich habe jetzt keinen Löffel hier aber das kann auch funktionieren. Und wenn dieser Raum so reinigt ist dann wirst du spüren dass hier eine etwas andere Energie zu Hause ist und natürlich dann unsere schutzmagische Aktivität einen solchen Raum deutlich besser schützen kann als wenn in diesem Raum noch alte angebundene Energien vorhanden wären. Ja das reicht glaube ich als Hausaufgabe. Du hörst in Kürze von mir und wir werden dann gemeinschaftlich ich habe es schon gesagt etwas für den Schutz tun. Wenn du jetzt sagst ja aber Alexander wenn ich jetzt den Raum sauber mache und reinige ihn und mache eine magische Reinigung und dein Video kommt vielleicht erst in fünf Tagen dann könnte es doch sein dass dieser Raum schon wieder ein bisschen belastet ist. Ja könnte sein. Streu ein bisschen von deinem magischen Salz aufs Fensterbrett und streue etwas von dem magischen Salz an die Türschwelle dieses Raumes. Und wenn du aus irgendwelchen Gründen das Salz in dieser Form nicht dorthin streuen kannst, dann gib es eine kleine Schale und stell es auf das Fensterbrett und nimm eine weitere kleine Schale und stell sie neben die Tür. Und ja, dieses Salz wird natürlich im Laufe der Zeit vielleicht auch Sonnenlicht ausgesetzt und es wird auch hier und da Energien einfangen und das wird dann dazu führen, dass dieses Salz auch irgendwann wieder ausgetauscht werden muss. Aber so lange wird es nicht dauern, bis das nächste macht. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für dein Interesse und freue mich sehr, dass wir auf diese Art und Weise jetzt in eine Entwicklung hineingehen, in der wir wieder Zugang bekommen zu unseren eigenen Kräften. Denn am Ende aller Magie steht deine wahre innere Kraft, die aus deinem Inneren Selbst heraus all das in Bewegung setzt, was deiner schöpferischen Möglichkeit und Qualität entspricht. In diesem Sinne alles Liebe, Namaste und Namaskar. Aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020